Und jetzt gleich hat die Sendung Runde der Chefredakteure ihre Premiere. Elmar Oberhauser moderiert das Thema Die neue Regierung, wohin geht Österreich? Die nächste ZIP gibt es um 13 Uhr. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmittag. Für viele von Ihnen wird es ein Sonntagvormittag sein. Ich freue mich, dass Sie bei der Premiere dieser Sendung der Runde der Chefredakteure mit dabei sind. Wir knüpfen an eine große Tradition an. Portisch, Kreuzer, Schulmeister waren in den 60er und 70er Jahren an diesen Plätzen, wo wir jetzt sitzen. Und wir wollen mit dieser Sendung führenden österreichischen Journalisten und Meinungsmachern die Möglichkeit geben, Themen gemeinsam zu diskutieren. Ich sehe darin einen wesentlichen weiteren Beitrag zur Meinungsvielfalt im ORF. Denn Sie, meine Damen und Herren, dürfen hier frei Ihre Meinung sagen. Sie unterliegen nicht wie ORF-Journalisten den strengen Regeln des Rundfunkgesetzes und der Programmlichtlinien. Vielen Dank.